Nachdem Yamaha mit dem YXZ-1000R vor rund einem Jahr das erste Supersport-Side-by-Side auf den Markt gebracht hat, geht der japanische Hersteller mit dem YXZ-1000R Sportshift nun einen Schritt weiter. Der Renner ist mit Schaltwippen im Rennsportstil ausgerüstet. Sie ermöglichen eine optimale Beschleunigung und ein Höchstmaß an Kontrollierbarkeit in extremen Situationen. Mit diesem Supersport-Side-by-Side wird computergestützte Rennwagentechnik in die Side-by-Side-Kategorie eingeführt. Mit dabei ist auch eine einfach zu bedienende Launch-Control. Seine Deutschland-Premiere feiert der Yamaha YXZ-1000R Sportshift vom 5. bis 9. Oktober 2016 auf der Intermutt in Köln. Schon in den folgenden Monaten soll der Racer bei unseren Yamaha-Vertragshändlern stehen.